so willkommen zurück bei need for speed porsche ja man sieht's ja man sieht es mal wirklich sehr viel und man sieht auch ein großes menü ja was ist denn da passiert ich habe einen zweiten patch zum alten patch darauf gebügelt irgendwie dass ich jetzt mit anderen render arbeiten kann und ich greife das ganze jetzt vom fenster aus ab weil so funktioniert es hoffentlich halbwegs ich werde jetzt einfach mal eine runde fahren ich weiß nicht wie es von der performance ist von den fps zahlen und so weiter was sie alles zeigen außerdem was vielleicht ein bisschen klackern könnte während des fahrends das ist das hier und das da ja lenkrad mit pedalen ich hoffe mal dass es mich jetzt in ungeahnte naja skilltechnische höhen treibt das wäre sehr angenehm und wenn ich gut ich hoffe mal dass es halbwegs wie gesagt funktioniert wir hatten was genau nein die laufen ohne turbo den 911 wieso 911 achso ja wegen wenn man es 100 mal rein prügelt irgendwann wird es halt hängen der schwachsinn ja ohne turbo wähle einen spezialwettkampf verdiene zusätzliches geld ja was ist denn das das ganze ist ja auf deutsch richtig auch das ist mit dabei gewesen bei dem patch ich komme jetzt die sprache auswählen beschränkungen 911 ohne turbo anfänger preisgeld 22 5 was kosten der spaß achso 45 die gebühr noch nicht absolviert in diesem turnier bietet ein breites herausforder fällt allen besitzern von 911 eine solide herausforderung und da wir einer von diesen 911 sind oder 911 ohne turbo ist er moment ist rs mit turbo kann ich damit fahren ja oder nein guter syr schwarzwald korsika klingt gut gerade guter syr da kann ich wieder ein das ist auch diese diese klippe na klar küste azurblaue küste wie soll das mal versuchen einfach könnte übel werden vor allem jetzt habe ich mich gar nicht warm gefahren weil ich nicht so viel zeit aber heute der wagen erfüllt nicht die voraussetzungen aha also rs ist quasi mit turbo das ist nicht aber ich habe 356 alles klar ist das mit turbo der rs ich weiß es nicht mal drauf klicken ok ich hoffe mal dass die steuerung funktioniert wenn wir nicht kann ich gleich noch von vorne anfangen aber wir lauschen einfach mal ob es funktioniert er lädt auch jetzt ein bisschen länger auch jetzt sind gut so versuchen das einfach mal lenker funktioniert alles klar aufnahme ist da ich hoffe mal der sound ist nicht zu laut aber jetzt habe ich mittlerweile etliches an zeugs auf das ich achten muss ja es scheint nicht mehr so ganz rund zu laufen warum sind da so viele ich kann zwar jetzt ein bisschen ja so fahren aber irgendwie sind alles nicht so einfach vor allem genau jetzt habe ich ein komplett anderes fahrgefühl welchen anderes gerett habe logischerweise wir müssen auf jeden fall was war das dritte an dem ist es nahes aufzudrängeln ich glaube mindestens fünf da müssen wir werden kann ich dir noch mal die kameras durchschalten moment wo ist es da ist es das dürfte jetzt meine ich auch nicht mehr flackern so es ist alles sehr viel anstrengender ich habe zwar trotzdem noch auf automatik weil das wollte ich nicht noch zusätzlich zumuten dass ich auch noch anfangen hier mit manueller gang schaltung zu arbeiten und leider es lässt immer noch es lässt leider immer noch die schläge und ja gerade wenn man ein pedal hat merkt man hier ist gas und bremse ist ja wirklich nur on off also bei dem spiel gibt es nicht irgendwie wie bei was ja schon ausprobiert auf leider aus oder oder was noch grid war noch dabei dort wollte ich noch mal an testen habe ich jetzt das lenkrad habe jetzt muss natürlich alles mal herhalten auch gott ist konzentration ist gefragt alles klar ich hoffe nur dass die aufnahmen besucht war sonst naja ja auf jeden fall ich hoffe ich irgendwas mit ja und oft das heißt ich kann entweder gas geben oder nicht also da bringen wir das pedal nicht da kann es im grunde kommt eigentlich auch auf den knopf legen wenn eine taste hier offen der gerät aber mal hier wie oh shit da wollte ich gerade ja ich glaube na das wird nix oder ja ich war auch ein bisschen jetzt war wieder nach links verdammt das heißt ich habe jetzt tatsächlich kurz vor kurz vor knapp habe ich an die länden fahren sind okay das ist aber auch anstrengend mit den pedalen hör mal auf na nee ich komme okay jetzt komme ich nicht mehr rum aber es liegt tatsächlich jetzt mittlerweile am fahrzeug ich glaube das haben wir in den sand gesetzt und die reparatur wird höchstwahrscheinlich nicht billig ja schade schade schokolade aber wie gesagt aller anfang ist schwer und ja man ist nicht so gewohnt dieses neue steuerungselement es läuft wenn es läuft läuft wirklich gut das heißt da kann ich auch schön ja schön gemütlich nicht gemütlich in der ecke sondern schön sanft und die kurven fahren aber naja das wird nichts mehr oder den kriegen wir nicht mehr glaube ich da hinten obwohl vielleicht wenn wir mal ein bisschen stoff geben und weniger labern doch die nummer zumindest noch ein aber ich glaube das langt nicht oder wahrscheinlich irgendwelche nicht ganz so aufgemotzten varianten aber die reparatur wird schon den eintritt kosten 1 2 3 4 5 da sind wir mich das richtig sehe das war nicht gut das war nicht so gut 5. wohl ein bisschen mindestens fünfter werden ist das richtig vier punkte bekommen ja so weit abgeschlagen sind wir nicht weil ich gerade dreieinhalb tausend bekommen für die fahrt karriere rs dann müssen wir wieder reparieren das wird wahrscheinlich teuer aber man das ist echt anstrengend obwohl erst mal ein schlück käffchen moment oh gott verdammt 5000 ja das ist ein bisschen teurer moment und jetzt auch noch im schwarzwald fahren oh gott mit den 100.000 kurven ich weiß nicht was ich mir da wieder dabei gedacht habe ich muss mich erst mal gewöhnen an diese diese steuerungsmethode und es ist nicht so einfach ich muss auch gucken dass es halbwegs vernünftig aussieht was läuft ich meine es sieht von den framezahlen her nicht so gut aus vielleicht muss ich da auch wieder gucken dass ich da mit den irgendwie so ein patch drauf knalle der vielleicht an den ja die freien freien zahlen die freien zahlen ein bisschen anpasst oder regulierter was auch immer macht hat er mich von hinten erwischt der drecksack der seite schauen funktioniert auch okay die fahre echt wie exenktes sauhelle ja weicher fahre ich aber das problem ist ich war weich ganz hinten ich habe auch das bild jetzt mal so ein bisschen angepasst dass man mehr strecke sieht weil oben und unten war immer so viel abgeschnitten wenn ich mich recht entsinne oder oben und unten ab ich weiß es gar nicht mehr jetzt versuche ich mal ein bisschen mehr auszuholen aus dem bild hier sieht man es jetzt schön man kann einfach wunderbar die kurven nehmen und dadurch natürlich dann auch reichlich spielt aufbauen wenn man gleich hier wieder raus haben darf in der nächsten kurve zum beispiel so ja okay da fahren sie mal vorbei hoffentlich nicht nehmen sonst nicht mit den kriegen wir noch junger das ganz schön anstrengend also respekt vor allen leuten die wohl vielleicht einfach nur eingewöhnungssache davon gehe ich jedenfalls mal ganz stark aus und wenn man das mal gerafft hat wie das funktioniert ja dann ist das bestimmt super einfach oder nicht so rückwärts bitte nicht anbumsen danke und vorwärts okay also ja die lenkung und so weiter beziehungsweise das eingabegerät funktioniert einwandfrei obwohl es relativ günstig war aber ich dachte mir warum nicht denn mit dem controller der eine spakt rum der andere ist quasi kurz vorm abnippeln da dachte ich mir wäre das doch gar nicht mal so eine schlechte idee ich wollte das einfach ausprobieren hatte ich eigentlich immer schon mal vor mir sowas zu holen aber immer dann ja irgendeine ausrede gefunden warum es doch nicht mache und es ist halt nicht wirklich mein genre wobei ich sagen muss jetzt wo ich das teil habe macht irgendwie spaß ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht okay aber natürlich muss man sich erst mal gewöhnen es hat auch gestern eine ganze weile gedauert bis ich mich da überhaupt mal an die ich sag mal die grundlagen des steuerns gewöhnt hatte hat so ein bisschen was von lernen wie man mit links schreibt als rechtshänder ja ich muss mir auch angewöhnen jetzt die kurven schön rund zu nehmen dass ich das ist nicht so quietscht weil ich glaube dass so wie das hier zum beispiel war nicht so eine clevere sache aber es ist wirklich schwieriger jetzt wo es nicht nicht so gut läuft mit der aufnahme ich weiß auch nicht was das schon wieder soll aber ich glaube das liegt wirklich am renderer weil die anderen sehen besser aus laufen besser aber dann sind wir die aufnahme nichts oder er kann das bild nicht erfassen oder er macht also immer ist irgendwas darauf kann man sich glaube ich einigen und das nicht den baum mitnehmen wir von der querfeld eines mal die anderen ja auch aber wieder wetten den platz wettgemacht und sind schon fast nicht mehr letzter wobei es war wirklich vorletzten so ein bisschen erbärmlich oder eigentlich schon aber da ich ja nicht fünfter nicht mindestens fünfter glaube ich muss ich werden oder wie war das da und doch mal schauen ja hier ist wieder schön laut aber das natur natur ist eben manchmal ein bisschen bisschen lauter ich kriege ich bin ich glücklich oh gott in vorsprung sonst hätte ich ihn als vorsprung genutzt verdammt nochmal okay kaffee verdient junge jung ist das hart ja ja darauf liegt das überhaupt oh gott ich bin noch fünfter die zeit war auch nicht so toll vielleicht wird das ein kurzes gastspiel ich glaube nämlich fast die müssen wir noch mal fahren oder muss ich ja erst üben mit dem moment was ist das schöne breite strecken man kann folge ausgeben eigentlich ist die ideal weil ich dann richtig schön halt erstmal reparieren ja doch bestimmt noch mal 2000 also 5000 7000 eintritt waren viereinhalb tausend so dass was hoffentlich gibt es wenigstens eine mark am schluss wobei der kontext der eigentlich relativ vernünftig ist momentan tja könnte man das mal im echten leben davon behaupten aber gut los geht's ich versuche mal irgendwie so ein bisschen nur mit dem fußballen zu arbeiten für die ist das ist das die art und weise wie man sowas macht das ist ein bisschen was von von drama irgendwo oder ja ich weiß wie schnell als ich ist klar so ein einziger grund warum wir hier so eine große klappe riskieren darfst okay dich haben wir im sack jetzt mal vielleicht versuchen vorsichtiger nicht in die nicht in die wand damit jetzt jetzt mal schön langsam ja fahr doch gerade noch querfeld ein du affe nicht von hinten stoßen ach jesus ist das war doch mal gerade aus ja jetzt entscheidet euch mal wer hat noch nicht wer will noch mal ärger machen jetzt ein assi ist hier wieso könnt ihr nicht normal fahren wie normale menschen oder wie normale kai ich glaube ich war auch nicht durch den komischen tunnel den kennen wir schon da fahren wir gleich links runter so zum weg war ich ein ok 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 wird das was wir müssen fünfter werden ja ist das richtig also man kann sieht es noch gut aus wenn wir keinen großartigen fehler machen ich bleibe ich bleibe einfach mal auf dem weg Moment wo fahr ich denn hier hin schön lange gezogenen strecken ja aber irgendwie führt es irgendwo hin ich fahr ja komplett einmal in die falsche richtung was ist denn hier los na gut sieht man zumindest mal den teil der strecke ist ja auch nicht schlecht dann müssen wir dieses schöne weiche lenken dann ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel ok jetzt vollgas war klar dass ich die ecke voll mitnehmen aber stimmt ich habe auch alle anzeigen oder fast alle anzeigen ausgestellt jetzt bloß kein crash da kam er von links ach diese komischen haarnadel kurven kommen wir da hinten auch noch kurven ja ja was ist denn geradeaus bitte geradeaus nicht hängen bleiben danke ist er gleich schon wieder oder der drecksack ich kann doch später im hinter äh hintergrund sehen ist das da vorne ein guter platz oder äh sind wir wirklich soweit abgeschlagen und wir kämpfen ja wirklich noch mit dem mit dem billigen rest vom schützenfest ich weiß es nicht aber da genau solche sachen hier machen wirklich spaß mit lenkrad nicht dieses ahja jetzt sehe ich das komplette feld also sind da vorne noch ein zwei leute zwei weiße auto hin weg mit dir nicht ärgern mit gefühl mit gefühl nicht mit brachialer gewalt naja kann sich doch fast sehen lassen so ein bisschen weg vom gas und rum aber auch wieder gas geben darf man nicht vergessen machen hier viele anfänger machen viele fehler die geben dann kein gas mehr so sind wir der zweite person oder wie war das äh ich möchte ja meine etwas sensibleres publikum nicht äh obwohl welches publikum der guckt sich den shit dann an aber gut das ähm ok wird wieder teuer zu reparieren aber momentan würde ich sagen ich weiß nicht ob ich brille oder keine ahnung wie gesagt das würde ich zeigen ok ok verdammt wo ist das drüber kommt im evolutionsmodus weiter zu kommen ja das ist natürlich nicht so gut erstmal reparieren das automobil oder können wir das irgendwie ein bisschen oh das sieht aber schon fertig aus jetzt sieht man es zumindest auch mal jetzt kann man die hier aufmachen die geschichten so alles mal auf anklappen gucken wir das interieur auch noch an ist auch noch schwer verwundet das nächste spiel sieht doch schick aus oder alles mit diesem hd patch zeugs gar nicht mal so verkehrt reparieren muss leider 3000 obwohl kohletechnisch sind wir gut dabei jetzt können wir gucken was es für ersatzteile noch gibt es die wir noch nicht verbaut haben ja jetzt muss ich auch sehen was für sachen ich schon habe genau standardbremse habe ich ausgebaut standard federung normale reifen standard auspuff system krümmer standard federung ok 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 was sind verfügbare teile jetzt irgendwas feines getriebe vielleicht getriebe ist halt das problem es gibt hier ganz enge und ganz nicht so enge aber ich glaube da habe ich auch den standard oder getriebe vor hohe geschwindigkeit habe ich hier noch das ist aber die ersatzteile die ich habe ist natürlich jetzt alles ein bisschen was habe ich denn verbaut oh ich habe ein bisschen hier rum gespielt an den bodenandruck habe ich ein bisschen weniger weg das muss eigentlich höher werden so ein hauch vielleicht und reifendruck vorne vielleicht ein bisschen höher dass wir hinten so ein bisschen weg schlittern das ist mir ehrlich gesagt lieber ist das so richtig wenn ich vorne hinten weniger habe dann müsste ich ja quasi weiter runter hängen jetzt sehe ich den hinteren so ein bisschen ein bisschen nach stoßdämpfer keine ahnung härterer stoßdämpfer dann hobbeln man nicht so vielleicht Urlaub was auch immer das bedeutet wer sie da auskennt schreibt es einfach in die kommentare fünfgang getriebe standards irgendwie rennbremsen rennfederung haben wir drin das getriebe würde ich ja standard fünfgang getriebe was soll man denn da machen was was bietet sich denn da eigentlich an tuning ersatzteile ripper rerun ersatzteile tuning ich würde sagen wir schauen wir noch einen besseren getriebe oder oder zumindest etwas das wir hier mit hoher geschwindigkeit mit hoher geschwindigkeit hieß für strecken mit langen geraden und hoher geschwindigkeits kurven also das wäre was für die korsika strecke aber im schwarzwald denke ich mal wäre das mit engem übersetzungsverhältnis gar nicht schlecht weil wir da ja ständig wieder aus dem ja wieder von null anfangen müssen ich glaube die die gönnen wir uns einfach mal oder das ist gerade für die für die zweite für die schwarzwald mappe könnte man das ja mal angehen die ersten da passt es ja wobei hier kann man jetzt eben auch die kurzen und die langen sozusagen beide holen und die dann versuchen zu verbauen das wäre auch eine möglichkeit repariert haben wir es ja ok mehr können wir nicht machen als einfach gut das ist erstmal genau da brauchen wir die kurven geschichten nicht so wirklich da brauchen wir eher speeds jetzt würde ich sagen versuchen wir das ganze einfach nochmal oder ja ne machen wir heute mal eine etwas längere folge aber ich weiß nicht ob ich morgen zum aufnehmen komme ähm ja versuchen wir es einfach nochmal es sind jetzt zwar schon 20 minütchen aber kriegen wir hoffentlich hin so jetzt toi 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 und los geht's ähm andere Sicht wo war denn nochmal die Sicht äh Geschichte äh Moment hier ja genau wobei ich würde es ehrlich gesagt ja mal probieren so dass ich ein bisschen mehr sehe das gibt's nicht oder ich bin jetzt nicht allen Ernstes direkt zu Beginn schon draußen ja ok das geht ja schon mal gut los wir müssen mindestens dritter werden in einem Turnier hier so einfach mal mit bisschen mit Gefühl arbeiten oh Gott obwohl Gewalt ist ja auch ein Gefühl einfach mal mit mit Hass die Strecken fahren genau genau ich habe nichts verbaut das mache ich dann beim nächsten Mal in der in der Schwarzwald Strecke nicht Klinik oh 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 nein ruhig brauche ich ganz ruhig fahr doch mal grad aus ist das denn so schwer na gut na Kurve das habe ich ja bewiesen Kurve und grad ausfahren ist schlecht gibt's das gibt's das ok so viel zum Thema mit dem mit dem Ballen fahren das funktioniert nicht so richtig mit dem Fußball ja ich hoffe mal dass die Aufnahmen das wird weil wie gesagt wenn das hier dann in die Binsen geht hm weil wenn irgendwie das ganze von der Framezahl her ein bisschen mies ist ich weiß es doch auch nicht was ist denn los verdammt das war teuer und ich war auf den letzten Platz ne ich glaube da brauche ich echt mal eine Pause ist das überhaupt eine Abkürzung ich bin ja schon mal hier durch die Prärie gefahren durch das Stadtinnere Zentrum und hat ja super funktioniert als ich hängen geblieben bin na ich glaube die sind weg oder? oder kann ich mir die die Bremsen kann ich mir eigentlich sparen also dann fahr ich jetzt Vollgas und fahr an die Leute ran oder ich lass es sein dann kann ich nach Hause vielleicht mal nach links das wäre auch noch eine Option aber schön in einer Tour um die Kurve rum wie sich das gehört ok das war wieder mal leicht dümmlich naja oder der Tisch wackelt das war auch eine Tortur den überhaupt hier angepappt zu bekommen aber was Trainingsgerät nicht so alles bewirken kann wenn man so ein paar Kilo mal da rauf beamt und dann oh man ja das wird wieder nix na immerhin quasi ein 360 No Scope hingelegt und schon sind wir wieder im Rennen und schon sind wir wieder im Rennen gut wenn ich jetzt letzter werde und dann erster bin ich irgendwo im Mittelfeld ja genau erster hm ich glaube nicht dass das Spiel wird oder? ja ich muss mir das mal angewöhnen dass ich danach direkt dass ich da fast schon gerade fahren kann ich habe mir das Gefühl ich müsste da richtig rein lenken ja ok vorletzter letzter wie auch immer kriegen wir das noch hin den irgendwie noch zu schneiden nicht mal das ne da habe ich die Kurve zu schlecht genommen ja ja ist ja gut das war richtig mies rechnen wir auch direkt ab was soll der Quatsch äh reparieren das Teil und fahren ähm wie bitte? ach wir wurden ja alles klar ähm die haben wir uns nicht tatsächlich raus gehauen oder? weil wir letzter geworden sind ist das eine Art Knockout Geschichte ich glaube schon ok das war's richtig gut ja dann gehen wir in die Werkstatt reparieren das Auditchen 500 Mark immerhin kostet das nicht so viel 50.000 haben wir das heißt wir steigen das nächste Mal einfach hier nochmal ein ja das war wieder mal nichts das ist gut oder auch nicht gut ähm muss mich da erstmal dran gewöhnen das ist echt anstrengend mit diesem neuartigen Gerät von daher ähm ja sei es mir doch verziehen dass ich nicht so so unendlich souverän wie vorher auftrete ähm ja und es wird nicht einfacher auch auf heraus Moment herausfordernd war das ne? oder fortgeschritten was ist denn doch mal die Lautstärke? fortgeschritten genau das ist schon ziemlich ähm ziemlich angenehm vor allem mit mit Lenkrad und Co äh muss mich da erstmal dran gewöhnen wie das genau oder man muss ein Gefühl glaube ich dafür entwickeln dann funktioniert das auch ja dann ähm soll es erstmal gewesen sein ich schau mal ob das was geworden ist und ähm ja wenn dann äh geht es hier das nächste Mal in der Form weiter ich sage einfach mal danke fürs zuschauen oder für die Geduld sich diesen Quatsch hier anzugucken ja und dann äh ja sieht man sich beim nächsten Mal Ciao 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 ciao